Hey, was geht's, liebe Leute? Ich bin Sidorio. Crush for the WGT-9 zurück bei Let's Play. Hyrule Warriors 2, Zeit der Verheerung. Hui, uns steht noch ein richtig gewaltiger Haufen an. Nehmen Herausforderungen bereit, bevor wir uns den nächsten Hauptstory... ...Herausforderung widmen werden. Wir fangen erstmals an mit Verregneter Weg. Damit machen wir jetzt mal weiter und... Ja, ich beschließe mal... ...Maronu... ...Ranzulassen. Wovon, dann gibt es hier einen Stirnsplitter zu kriegen. Die gibt's eh so selten. Das ist schon mein Pluspunkt. Und wir haben auch hier wieder... ...Ach... ...Einen Hinox am Start. So, in den Settlements besiegen. Dann würde ich sagen... ...Uff... Ah, ich denke, das schaffen wir auch ohne. Wird schon schief gehen. Maronu ist schon ein richtig zäher Typ. Der kriegt das schon irgendwie hin. Okay. Ah, da wird noch einiges auf uns zukommen. Und dann bin ich gespannt, wie das noch weitergehen wird. Ich schätze mal, auf den zweiten Part werde ich mich dann wieder... ...dem... ...werde ich mich dann wieder... ...Farmen widmen. ...Aber ganz halt deutlich. So. Mal alle her. So, zum Ziel begeben. Aber es laggt doch ein bisschen, fängt mir so auf. Alter. Uh, Flee dabei. Ich lag doch viel dabei so. Und dann... ...Blitzwoblen. Daneben. Jetzt. Hm. Was wollt's da? Hm. Hat nur mit Blitz keine Chance. Nur wenig Chance. Ist ja nicht so effektiv, wissen wir. Wenn wir nach Poken-Rewig gehen, aber... Wie man das jetzt mit Echtling vergleichen kann, kann ich nicht sagen, ob das dann wirklich... ...legitim ist, dass es nicht so effektiv wäre. So, Pflanze. Also, Elektropflanze. Denn... ...wir wissen ja, wenn... ...ein Blitz auf den Baum einschlägt, dann ist das alles andere als gut. So. Ich glaube, die Pflanze muss man nicht extra im Öffnen, ne? Sehr schön, mehr Moblin-Hauer. So, jetzt aber weiter... Oh, shit. Ich bin... ...falsch rum. Und weitere Moblin? Ja, von denen lassen wir uns nicht aufhalten. Ah, komm. Da lang. Oh, schnell. Kann ich unterwegs sind, so viele will ich wirklich mitnehmen. Komm schon. Leift an. Ich bin... ...wenn er es mal bekannt hier. Ihr könnt ja gleich wieder... ...knigge. Wenn ich es denn... Das ist der Moblin, oder was? ...in dem er gesprochen hat. Okay, jetzt nicht mehr zu viel Zeit damit... ...denen verbreiten. Aber wenn das Ausweichen weiterhin so gut klappt... ...so, dann geht er auch down. Bumski. So. Na ja, mit den Moblin-Hauern. Wenn jetzt gerade das Erdrehen benötigt. Ehe den elektrischen Stromschläger ignoriert. Aber das zeigt, dass es eigentlich nicht so effektiv gegen ihn ist. Aber, wie gesagt, im echten Leben ist es nicht so gut, weil... ...wenn zum Beispiel ein Blitz beim Baum schlägt... ...ja, der wird... ...der knickt sofort um und schon fängt Feuer. Wollten wir deswegen auch beim Gehörneter nicht unter einem Baum verbringen. Achso, vor einem Baum verbringen. Wenn da der Blitz entschlägt, ja... ...ist man Geschichte. Meistens. So, wir sind gleich beim Ziel angelangt. So. Ach du Scheiße, wie viele Schleime sind das hier? Ach, jetzt heiße ich nur den Blitzmolen besiegen. Ja gut, die Spezieiangriffsleisten... ...müssten mir da helfen, das noch zu schaffen, bevor... ...das Zettlimit abläuft. Ja. Das schaffe ich schon irgendwie. Und auch das oben drauf. Also ist ein Witzmoblin gleich Geschichte. Bom. Also schnell zum Ziel. Das noch ein Moblin? Gut, den lassen wir mal ein Moblin sein. Schnell zum Ziel. Okay. Jetzt kann ich den Moblin bekämpfen. Oh, der Hinox. Muss ich ihn innerhalb des Zettlimits schaffen? Shit. Falsch. Ich kann kaum ein bisschen überankreifen oder nicht. Hä? Diesmal... ...das Mal ist richtig ausgelehnt. Ach, come on. Mir geht das so schief. Jetzt kommt noch Oktrox oder irgendwo hinzu. So, jetzt mal. Zu Glück muss ich den Hinox nicht innerhalb des Zettlimits besiegen. Aha. Und jetzt hier der Hinox. Was? Da kommt noch ein Nobbel? Wie viele von denen kommen da? Ich meine, das ist vielleicht ganz gut für mich, weil... Ich brauche Bestandteile von denen. Für ein weiterer... Nebenquest. So. Woher mit den Zweigs. Und jetzt hier der Hinox. Der will es auch wissen. Ach, da kommt wieder ein Moblin. Hihi. Daneben, Freundchen. So. Das ist mal ein Stasis. Nein. Ich wollte schon sagen, kommt das mal ein Stasis-Modul zu zum Einsatz oder was auch immer. Für ein Modul ich benötige, um ihn mal zu stoppen. So, jetzt, ja. Dann halt jetzt mal ein... Starker Angriff. Oh, shit. Gut, er hat wieder zugerollt. Ne. Zu spät. Au. Schluss jetzt. So. Oh, da geht die Leiste runter, ey. Ho, ho, ho. Da ist wirklich... Das Stasis-Modul ist sehr effektiv. Der ist in der Situation... Ach, der blaue Moblin kommt immer nur zur Unterstützung herbei. Hm. Ach, shit. Jetzt muss ich irgendwie mal die Super-Leiste auffüllen. Mit Zeit. Und ich kann kaum was sehen, ey. So, aber jetzt... Sehr schön, das werde ich auch sehen. So, der Hinux ist fast down. Oh, 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 oh. Ich kann kaum was sehen, ey. Der Kamerafahrt ist echt beschissen, gerade. Okay. Und wenn das geschafft. Und wir haben keinen... Und wieder mal keinen herzlosen Hinox erwischt. Ich hätte gerne den Moblin auch mitgenommen, aber... Ja, dann halt nicht. Uiuiui. Sehr schön. Aber ich weiß nicht, ob die... Ja, die reichen bestimmt noch nicht aus. Aber... Hauptsache, wir haben schon mal ein paar bekommen. Da kann man sich gut austoben bei den Moblins. Weil da werden immer wieder welche hinterher kommen. Die Quest ist dafür wie geschaffen. Also diese... Also zum Farmen von Moblinhauen ist das wie geschaffen hier. Hoffentlich werde ich noch wohren, dass er... Genug Moblins treffen... Und besiegen kann. Oh. Was ist das? Oh. Neues Kochrezept. Was haben wir denn da? Eine großartige Sache. Adea-Eintopf. Hm. Ein Eintopf aus heimischem Fisch. Ein heimischem Wasser. Gart wird viele kommen. Adea, auch mal ein Spezialitäten zu probieren. Spezialangriffsleister führt sich um 12% schneller. Oh, okay. Oh. Sehr schön. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Okay. Aber jetzt erst mal zu den nächsten. Hm. Eröffnung des Tanzfestivals. Können wir Crocs ankommen. Und hier. Das Eis-Spezial-Training. Wollen wir nochmal sehen, wer hier noch Level 42 und darunter hat. Also unter 43 hat. Also noch Impa, Mifa und Daruk. Ich will lieber Maru nur noch weiterhin. Hm, vielleicht. Jetzt wo ich ein bisschen Kohle bekommen habe, könnte ich ja beim Manöverplatz ihm noch ein zusätzliches Level geben. Ein Gratis-Level. So. Hm. Na, lassen wir das. Ist halt nur so, weil ich Maru nur halt nur das seltene spiele. Aber er ist nicht schlecht. Er ist gut. Er ist schon gut. Also das ist... Ja. Er ist auf jeden Fall an sich ziemlich gut zum Spielen. So. Dann öffnen wir das Tanzfestival und... Achso. Das ist auch nur für Mifa. Er passt eh, weil sie hat auch einen dergängigsten Level. Hier also. Ja. Von einem Tänzer zum nächsten. Also. Maru nur, sie ist ja schon ein kleiner Tanzaffe. Naja. Klein ist gut gesagt. Ein großer Tanzaffe und jetzt... Und jetzt haben... Ich weiß, das würde eigentlich eher zu ihm passen. So ein rhythmischen Kerlchen wie Maru nur. Warum bekommt er nicht diese Mission? Wenn wir ein Tanzfestival eröffnen, warum muss es Mifa sein? Oh! Weil er der Partner ist. Okay. Schon verstanden. Hm. Okay. Einfach nur besiegen hier. Aufpassen. Ey. Ihr wisst schon, dass ich nicht alleine bin, oder? Oh, komm jetzt. Greif doch mal anständig an. Dann greif doch mal anständig an. Hier. Endlich. So, jetzt war. Jetzt noch der Hauptmann hier. Na, komm her. Au. Jetzt war. Ja, so sieht's aus. Okay. Die nächsten Tanzpartner, bitte. Och du Scheiße, wie viele sind da? Uff. Okay, ich hab den richtigen erwischt. Hä? So ist die Ausdauerleiste nicht besser zurückgegangen hier. Okay, nicht schlecht. So, Schluss jetzt mit den Hornia. Äh, oh, Arnie. Ornie Hauptmann. Ach, komm. Da bricht mich nicht. Wie die so gut koordinieren müssen. Gerade erst muss er eine Rolling Attack gegen mich einsetzen. Na gut, dann. Kannst du mich halt erst mal auf dich, wenn du darauf bestehst, Freundchen. Ja, ja, rollen du auf mich zu. Ach, komm. So, jetzt war. Also, würde ich damit auch den... Ah, leider nicht. Aber hat nur noch ein Pieks ergreicht und das war's. Oh, Bosa selbst. Oh, shit. Blitz, mein allergrößter Feind. Also, das Wasser ist allergrößter Feind hier. Elektrizität. Sogar nicht, dass ich die Waffe auch noch werfen kann. Oh ja, Level Up sogar. Nice. Natürlich, Marono. Oh. Hihi, nice. Oh, wie lange... Bleibt er denn... Oh, shit. Nein, nicht mit mir, Freundchen. Also, da scheint kein bisschen ein bisschen schwerer, Gegner zu sein. Vor allem, wie lange ein... ...die Gelegenheit gibt, die Ausdauerleiste runterzusetzen. Uff. Ich dachte, da brauchten wir jetzt... Äh, ich brauchte, da brauchten wir solche Treffer. Aber okay. Das war schon ein eher einfacherer Request. War deutlich einfacher. Hm. Ja, aber dafür... Auf die Crocs haben hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Habe ich ja echt schon vergessen, dass Sobose auf mir ihren Waffen wirft, als Gegnerin. Selber können wir das ja nicht machen. Wird ja eigentlich schade, dass man das nicht machen kann. Weil generell... Link zum Beispiel könnte auch einen Boomerang einsetzen. Aber ich glaube, das Waffe wird das nicht vorkommen. Und... Eine Verbesserung für Marono. Dafür braucht er auch Crocs sammen. Uh. Mehr Waffenfeen. Oder generell... Uh. Aha. Ich meine... Jede Menge Frostmelonen. Uh. Wenn der nicht doch für irgendwas benötigt. Ja, tatsächlich, da ist was. Aha, geil. Siegel von Waffen entfernt. Die heile Schmiedigilde ist nun in Lager Siegel von Waffen entfernt. Du kannst nur Geschmack anpassen, ihnen zuletzt einen Schliff geben. Uh. Nice. Aber was ist dann damit? Mir fehlt ja noch ein Haufen Moblin. Aua. Und eine Leunenurkunde. Ich hoffe, ich komme noch zu einem... Ich komme noch im Laufe des... Im Laufe der Videos direkt zum Genug Moblin Hauer. Aber... Ja, das dürfte schwierig werden, das zu erreichen. Was brauche ich hier genau? Ishirok. Ja. Da muss ich dafür farmen ein bisschen. Und hier sind Maxiduriane. Oh, da fehlen mir leider ein paar. Ah. Das ist schade. Hm. Wenn ich gerade dabei bin, sollte ich vielleicht mal gucken, ob ich mir Maxiduriane... Ja, kaufen kann ich welche. Hey, jetzt würde ich nicht den ganzen Laden leer kaufen und so. Hier. Hm. Damit kann ich sogar eine Ex-Quest nun erfüllen. So, wo ist sie denn? Aber ist ja irgendwo. Hm? Woanders nochmal, was Maxiduriane benötigt hat. Hier gibt es Rüstkürbis, aber... Ja. So viel kann ich mir gar nicht kaufen. Auf einmal. Hm. Ach, ich bin auch schon wieder blind hier. Oder es fehlt noch was. Vielleicht irgendwas fehlt dann noch, ne? Ach nein, da ist sie. So. Erste Ex-Nieben-Mission. Oh. Starker Angriff. Um zu eurer Verzeihung schauen, statt Normalschaden zu leiden. Äh, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich, äh... Hm. Ich weiß nicht, was da anders sein soll, aber okay. Okay. Insofern haben wir eine DLC-Ex-Sie für Nebenherausforderung jetzt auch geschafft. Für den Zweihänder. Auch nicht schlecht. Okay, aber jetzt erstmal... Ja, ab dem nächsten Part werden wir dann wieder... Ja. Weitermachen mit... Weiteren... Nebenherausforderungen. Da sind immer noch einige übrig. Tö. Ich glaube, ich werde mich im nächsten Video auch noch nicht fertig bekommen. Aber... Mal schauen. Bis dahin, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und seid gespannt. Klickt wieder rein. Oh ja, Kruschworf geht hinein. Bis jetzt bald von Let's Play Horror Warriors. Du. Zeit der Verheerung. Also, auf Wiedersehen und... Tschüss, 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 tschüss. Tschüsschen, Leute. Tschüsschen, da.